So, und was kann man jetzt hier reintun? In den Hummer-Kläfig, weißt du das? Gar nichts, ne? Ne. Ah, wird das automatisch? Denke. Dann, das wär ja... Da ist doch schon ein Hummer drin, guckt doch. Ah, okay. Dann brauchen wir ein paar mehr davon. Ja, vielleicht. Warten wir erst mal ab jetzt. Auf jeden Fall geht das Essen jetzt hoch. Das wär natürlich, ähm... Das sind ja zwei Hummer übrigens. Das wär natürlich, äh... Das Ultimo. Ja, und hier die Beete kann man ja immer noch und, ne? Muss ja alles so ein bisschen haben. Genau. Wobei, äh, dann wär erstmal unser eines Problem, äh, behoben. Wie ist der? Und die sterben. Genau. Oh, hier soll ich vielleicht einen zweiten Zaun hier vormachen. Genau, vor unserem, äh, Stromgedöns. Vielleicht kurz ne Päusse machen? Ja, natürlich. Natürlich. Äh, öh. Wie viel Zeit haben wir noch? Drei Minuten. Na gut, die weiße, damit ich nicht so, äh, viel Bau, damit die, äh, hier in Gefahr sind. Na, hört mal auf. Ähm, Attrappen können wir noch keine bauen, ne? Wobei die nicht viel brauchen, äh. Attrappe. Ah, ne. Was brauchen wir denn dafür? Wahrscheinlich erst mit der Weiterentwicklung, ne? Ah, ne, da, Attrappe. Kann man schon bauen? Was ist denn denn die Wünschelrute? Ja gut, die brauchen wir nicht wirklich. Nein, ich hab einen Leuchtstein dafür ausgegeben, ich trottel. Wofür? Ah, für ne Attrappe. Naja. Ja, ich geh gleich das eine Ding noch da clearn und dann kriegen wir wieder Leuchtsteine. Naja, auf jeden Fall haben die erstmal was zu essen. Oh, das, das hier muss repariert werden. Okay, das sind leider Steine. Oh, da sind mehrere Hummer jetzt. Hm, die vermehren sich, glaub ich, ne? Eins, zwei, drei, vier, ja. Ich glaub, wir bräuchten doch mehr davon. Dann Hummern, die wissen sie nicht mehr. Warte, soll ich mal gucken, ob ich einen bauen kann? Wär ja sinnvoll, ne? Nein! Ah, warte, es fehlen mir eigentlich nur Fünffchen. Ich muss einfach einen ansprechen von denen. Wo sind die alle? Hallo? Und, Ado? Ich brauche noch mal ein paar Fünffchen. Sprich mit mir. Komm, sprich mit mir. Oh, ich hab Kristallfittisch. Und ich heil den Ritz. Da müsste ich jetzt eigentlich den... Er ist vollgehalt. So, warte mal. Papa, Papa, Papa. Ich finde die Süße. Ich finde die so süß. Papa, Papa, Papa. Äh, hallo? Ach! Hm, die haben noch nicht gebaut, ich trottel. Ja, dann, äh... Wenn die noch nicht gebaut haben, kann ich auch schlecht... Äh, kann ich auch schlecht, äh... Oh, nein. Okay, Faye, wir müssen jetzt echt gleich aufpassen. Bist du bereit, Faye? Ja. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob wir... ...überfall. So, von welcher Richtung kommen die? Ich warte auf die roten Punkte. Und von hinteren, hinter uns, aber gut. Und da kommt ein Fetter. Auf die Fetten kannst du schießen, ruhig. So, hopper. Ja, wenn du was hast. Warte, ich hab... Achso. Da kommen nochmal zwei. Die sind so ätzend. Oh, von der anderen Seite. Ja. Ich treff nicht. Hast du? Jo. Oh, da kommt auch nochmal welche. Und wo? Ja. Oh, ja, ich schau's grad. Erschossen. Aber da hinten, die andere Seite, hast du gar nicht im Blick. Hä? Jo. Hier schafft. Warte, ich hab aber nochmal Leuchtsteine, dann kannst du nochmal... Jetzt... Das manchmal war auch gar nicht so einfach. Nee, das ist echt... Ah, es macht mega Spaß. Kann ich jedem nur empfehlen, das Spiel. Ganz ehrlich. Kann ich jedem nur empfehlen. Oh, oh. Reicht das jetzt noch mit Energie? Nein. Oder? Doch. Sauber, der läuft. Jetzt haben wir den zweiten Hummer-Behälter. Ah, die laufen beide. Ach, wie süß. Wie viele Hummer sind da jetzt drin? Hier ist nur einer drin, aha. Ja, die vermehren sich dann. Produziert Nahrung. Wie viel Nahrung? Wie weiß man das eigentlich? Wollte mal gucken. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Nahrung, 16 erzeugt plus 16 Nahrung. Das ist eigentlich gut. Ist zwar nicht mehr, als was wir brauchen, aber... Auf jeden Fall schon einiges. Auf jeden Fall schon einiges. Liebe Fee... Liebe Fee... Liebe Fee... Ja? Alter, guck mal, wie wir vernetzt sind schon mittlerweile. Ach, hier. Hier fehlt eine Verbindung. Und da... Und da hinten fehlen noch welche. Auf jeden Fall da waren, wo ich war, auch noch Transporter. Hab ich denn noch ETA-Z-Schutz? Mal drei Stück, die müssten eigentlich reichen. Welche waren noch? Warte mal, ich muss eben gucken. Aber ich glaube, das sollte man das nächste Mal durchforsten, weil ich glaube nicht. Da sind jetzt aber auch mehr drüber. Was denn? In dem einen? Ja. In dem zweiten, den ich jetzt gebaut hatte, oder was? Ja. Und alles ist im grünen Bereich. Ach, hier hast du noch gar nicht freigeräumt. Äh, hier spawnen ja ohne Ende gerade Viecher. Phil, wo machst du? Huuu! Da ganz hinten, wo ich gesagt hab, da fehlt noch eine... Ja, du bist scheinbar auf der einen... Natürlich hab ich da noch nicht alles freigeräumt. Ich hab doch gesagt, da ist eins mitten im Wasser. Und auf der Seite... Ich konnte doch nicht, weil ich doch kurz vorm Sterben war, hab ich doch gesagt. Jetzt seh ich noch nicht, wo ist denn... Hm. Ja klar. Hier ist wohl ein Dicker. Das ist das Leuchtsteinsammlung. Boah, ey. Das ist ja ETA 24 schon hier. Ähm, ciao. Ach, Quatsch. Falscher. Zwei brauch ich. Ja, ja. Ne, zwei. Äh, äh. Für's schießen. Da hab ich noch nicht... Und auf der anderen Seite haben wir... Hä? Da laberst du denn du? Oh nein. Drei Gründe. Meinte ich. Und auf der anderen Seite haben wir noch drei Fragezeichen. Drei größere. Mit Gebäuden. Alter. Das lässt dir hier alles sich schön ausbreiten, das Zeug. Ich bin doch noch gar nicht... Ja, warum müssen wir dann da hin? Weil ich... Wollte nochmal... Ich hab doch gesagt, ich komm zurück und ich geh da später nochmal hin, du Depp. Äh, kann aber sein, dass ich da gar nicht gesetzt hab, sondern Bio, oder was? Komm. Wollte genau sein. Oh, die Energie ist leer. Ich lauf mal. Na gut, das kann natürlich passieren. Aber du sagtest ja, wir machen jetzt gleich Finish. Ja. Wir haben 0.08. Mist. Dann wissen wir, was wir das nächste Mal weitermachen. Hier ist ja auch noch alles voll, ey. Ich hab doch gesagt, die eine Insel war ich ja gerade erst einmal Kunden. Die andere hatte ich... Aber du hast hier die ganzen Autos und so weiter leer gemacht, ne? Und schon ein paar Viecher abklackt gemacht und ein paar von denen... Ja, aber die spawnen ja neu. Die Viecher bringen mir jetzt nix, dass du die platt gemacht hast. Du musst die Wurzeln, musst du komplett, äh... Ja, die hab ich doch angefangen. Ja, angefangen bringt ja auch nix. Ja doch. Nee, ich hab auch nix. Aber du kannst jetzt auf jeden Fall hier drüben, ist jetzt ein Connect. Wie du siehst. Wie du siehst. Du hast mein Handy gesperrt. Was? Ja. Ich muss ein Ticket eingeben. Hä? Sagte mir mein Handy gerade. Hä? Nee, eigentlich gar nicht. Echt nicht. Ah, wahrscheinlich weil du da updated hast. Kann das sein? Ja, das kann gut sein. Das, äh, schau ich mir so voll an. Ich wollte gerade was gucken, Mensch. Kannst aber auch ein Ticket aufmachen. Vielleicht geb ich ja... Ich hatte ne WhatsApp gehabt. Wollte gerade gucken. Würdest du vielleicht mit rüberkommen, wenn wir mich hier geistreich unterstützen? Oder doch lieber erst Feierabend. Ich würde sagen, wenn, dann wollen wir jetzt Feierabend, wenn du hier schon saß. Nein! Achso. Alter, der haut mir aber auch das Schild drunter. Loll Gunzer. Hm, der ist ein Dicker. Ähm... Ich glaub der Dicker hat mich gefunden. Leider. Ja, er hat mich gefunden. Ja, er hat mich gefunden. Ja, er hat mich gefunden. Ich hab mich mal getroffen. Alter! Okay. Rennen und, äh, wo ist man hier? Alter. Dachchen! Aua! Das müssen wir nur noch auf der anderen Seite weiter ausbauen. Ja, du? Ja. Damit wir da auch rüber kommen. Ja, aber... Ja, ja, aber dann würde ich hier zum Beispiel hier, ähm, anfangen abzubauen, oder? Also nicht so abzubauen, sondern, ähm, ich hab jetzt hier zum Beispiel einen Verbinder zwischen zwei Fahrzeugen musste ich setzen. Ja, ja, gut. Die können wir ja dann... Unnötiges brauchst du ja dann nicht. Ne. Genau. Alter, 24 Äther noch. Das war über 30. Ah, guck mal, wir schaffen das immer besser. Wir sind. Ne! Hoa! Wir werden voll... Kleiner Grundsammut! Aua! Oh! Achso. Mir ist meine Waffe gerade kaputt gegangen. Oh. Ach, hier sind Nester. Äh, nein. Oh nein, hier sind Nester. Na komm her! Die Waffe geht jetzt auch kaputt, oder wat? Ja, toll! Natürlich! Ciao! Wenn wir alle drei offen haben... Ja, ja, ciao! Dann gucken wir mal, was weiter passiert, ne? Wenn wir alles aufgedeckt haben. ... ... Da bin ich mal drauf gespannt, wasn dann passiert. Nö. Politik! Hört das Spiel dann auf? Was denn? Ich weiß gar nicht generell, ob das weiter... Ähm... Ob das auch so geht. Weil das ist ja aktuell äh, experimental. Die Sunbox. Ja, deswegen, ja. Kann ich nicht sagen. Jaja! Weil die Krähe fehlt uns ja hier eigentlich. Generell gerade. Immer einfach. Ja. Ansonsten mache ich es lokal. Oder? Ja, beziehungsweise, da müssen wir nochmal neu anfangen. Oder ich mache eben den Spielstand von mir auf. Also, beziehungsweise, wir fangen den neuen Spielstand normalen an. Und den würde ich aufmachen. Geschenke halten. Oh, danke. Das ist so süß. Und da ist noch einer, den man heilen kann, warte. Ich will heilen. Ich finde das so süß. Hm. Boah, wir brauchen viel mehr Waffen, ne? Ja, bessere vor allen Dingen. Hm. Hihihi, was die für einen Spaß haben da mit dem Pumpen. Hast du mal gesehen eigentlich die Schläuche? Guck mal, guck mal hier die dicken Schläuche, die direkt reingehen. Wupp, 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 siehst du das? Wupp, 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 wie viel Hunger? Freude 2. Was denn? Freude 2. Wie Freude? Hä? Oben. Wo ist denn Freude? Achso. Ich bin bei 2, aber Essen noch nicht wirklich mehr. Vielleicht sollte man nochmal so einen Kummer-Gefussel machen. Hm. Ja, könnte man machen. Aber ich glaube, dann bräuchte man nochmal eine Pumpe. Ja, dann machen wir das nochmal zwei Stück. Aber Wasser ist auch noch normal. Ähm, warte mal. Äh, wo war das denn nochmal? Äh. Ne, warte mal. Map war das? Protokolle? Gespräche? Ne, äh, aktive Quests? Ne, aktive Quests haben wir ja nicht. Sunbox, das Baumenü, ETA, Choriotäten, Umgang. Tot. Äh, ne. Irgendwo hatte ich das nochmal gesehen. Taschen? Nicht definiert. Äh, das finde ich gut. Das ist Samen. Ach, okay. Ich habe keinen Samen. Ähm. Ich habe noch zwei Löffel. Äh. Hm. Warte mal. Ich habe es doch irgendwo gesehen gehabt. Äh, ich glaube das heißt einfach... Wie Bäume eigentlich nach? Bäume? Ja, also in der Norma... In meiner, äh, Spiel, äh, Dings. Also in meinem privaten Ding sind die nachgewachsen nach der Zeit, ja. Deswegen war ich die immer am runterklatschen und habe auch bei mir immer, ähm, die Blätter und Zweige verkauft. Weißt du? Weil ich dann immer Blätter und Zweige und so weiter verkauft habe, weil die so, äh, ne, ein, ein, äh, einen Löffel gegeben haben. Äh, äh, Holz kannst du nicht verkaufen, aber, ähm, Zweige. Okay. Also so Baumaterialien, äh, kannst du nicht verkaufen. Achso. Und eigentlich dämlich ist. Nee, äh, so Baumaterialien wie Beton und so weiter. Ja, Bretter auch nicht. Nee, nee, genau. Oh, hier ist ganz viel Essen. Nachgewachsen. Hm. So, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal hier, was wir noch so alles mit den, äh, kleinen, äh, spaßigen, kleinen Kerlchen machen können. Bin grad Essen am Sammeln. Fähig ist grad Essen am Sammeln. Das ist, äh, gut. Dann laufe ich nochmal hier so eine Runde aufs Laufband, damit wir auch bloß... Achso, du wolltest... Ja, guck mal, der läuft mit mir. Wir müssen ja schneller, äh, drum. Warum hörst du denn auch auf? Da springt er mit mir drauf, ich geh runter, und er geht auch runter. Ach, der Rote, was hat der denn? Das ist nirgend jetzt? Der sieht noch ein bisschen... Warst du es auf fünf? Ja, die dauern ja immer, bis du die hochgehalten hast. Hm. Nee, nee, eigentlich sind die dann sofort hochgehalten. Im Fall jetzt. Das sagt man nicht. Im Fall jetzt, was hast du denn? Was hast du denn? Nee, gar nichts mehr. Gegebenenfalls nichts mehr. Manche Inseln ja nicht mehr absucht, da... ...wachsen dann Sachen ohne Ende. Mhm. Genau. So wie Essen. Und ich hab jetzt, glaub, fast 68 Essen gefunden. Oh, auch noch ein bisschen mehr. Du kannst auch mal gucken, so zwischendurch, was wo wächst. Wenn du mit der Maus über die einzelnen Inseln gehst. Okay. So, jetzt aber müssen wir Feierabend machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und damit. Tschau, Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht dann auch wieder mit Bio und der Madori. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ich denke. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall sind hier sehr viele Hummer. Verdammt viele Hummer. Sehr, sehr viele Hummer. Naja, gut, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank und tschau. Bis zum nächsten Mal. Tschau.